Harro Paul Haring war ein nordfriesischer Revolutionär, Dichter und Maler. Leben Harro Haring wurde als Sohn eines Bauern geboren, der später zum Deichgrafen avancierte. Am Zollamt in Husum durchlief er zunächst eine Lehre. Später entstand der Wunsch, Maler zu werden, und er studierte an der Kunstakademie Kopenhagen sowie in Dresden. Durch Kontakte zum radikalen Flügel der deutschen Burschenschaften wurde er in seinem politischen Denken nachhaltig beeinflusst. Er wurde 1819 Mitglied der alten Dresdner Burschenschaft Concordia, er war zeitweilig Mitglied der Freimaurer Loge Apollo in Leipzig. Berufsrevolutionär 1821 trat er der philhellenischen Legion bei und wollte am griechischen Freiheitskampf gegen die Türken teilnehmen. Vor Ort enttäuscht über die Passivität der Griechen, fuhr er nach Italien und knüpfte Verbindungen zur Künstlerkolonie in Rom. Nach einer Begegnung mit dem englischen Dichter Lord Byron versuchte sich Haring in München, wo er von 1823 bis 1826 lebte, eine bürgerliche Existenz aufzubauen und verfasste Dramen für das Theater. Danach arbeitete er von 1826 bis 1827 als Dramaturg in Wien und wurde schließlich von der Regierung Metternich als Demagoge ausgewiesen. Als ihm die Befreiung des griechischen Freiheitskämpfers Ypsilantis aus der Festung Theresienstadt nicht gelang, flüchtete er nach München, wo er Heinrich Heine und den Vormätspolitiker Georg Fein kennenlernte, der später zu seinem Freundeskreis zählte. In den Jahren von 1828 bis 1830 diente Haring als Offizier in einem russischen Regiment in Warschau. Er wurde berufsrevolutionär, der sich an der Julirevolution von 1830 in Leipzig und Braunschweig, am Hambacher Fest und am Savoyenzug 1834 beteiligte. Mit Zeitungsbeiträgen, Pamphleten, Gedichten und Romanen setzte er sich für unterdrückte Völker ein. Seine Schriften wurden teilweise verboten und er selbst mehrfach verhaftet und ausgewiesen. Die Idee, die Völker von ihrer Knechtschaft zu befreien, entwickelte sich zu einer fixen Idee. Haring reiste 1840 nach Rio de Janeiro und setzte sich für Befreiung der Sklaven ein. In Skizzen schilderte er das Elend der unteren Volksschichten. Als ein Mitkämpfer von Giuseppe Garibaldi wollte er zudem das Projekt einer Gründung der Vereinigten Staaten von Südamerika realisieren. 1843 ließ er sich als Schriftsteller und Maler in New York nieder, gründete eine skandinavisch-nationale Gesellschaft und geriet in Streit mit seinen schleswig-holsteinischen Landsleuten. Bei der Nachricht vom Ausbruch der Märzrevolution 1848 in Deutschland reiste er nach Europa zurück. Einer der Höhepunkte in seinem Leben war seine Rede an die Nordfriesen auf dem Breedstädter Marktplatz am 23. Juli 1848. Er versuchte damit, vergeblich einen nordfriesischen Freistaat auszurufen. In Rendsburg gab er als verantwortlicher Redakteur die demokratisch-republikanische Zeitung das Volk heraus. Seinem häufigen Antreten als politischer Kandidat zur Landesversammlung war freilich geringer Erfolg beschieden. Ab 1849 führten ihn weitere Reisen nach Norwegen, England und in die USA. 1854 unternahm er seine dritte Reise nach Rio de Janeiro und arbeitete in der Folgezeit als Maler und Magnetailer. Exil Jersey Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er in völliger Armut und Isoliertheit auf der Kanalinsel Jersey. Er war krank und litt an Verfolgungswahn. Theodor Storm unterstützte seinen Wunsch nach Rückkehr in die Heimat mit einem Gutachten. Harroharing beging aber zuvor im Alter von 71 Jahren Selbstmord. Auszeichnungen und Ehrungen 1849 Ehrenmitglied des Neuverker Bürgervereins Werke, Blüten der Jugendfahrt 1821 Dichtungen 1821 Erzählungen 1825 Der Psäriot, der Kahn Poetische Erzählungen 1825 Die Mainotten, dramatische Gedichte 1825 Der Wildschütze, Trauerspiel 1825 Der Student von Salamanca, dramatisches Gedicht 1825 Zupressenlaub, Erzählungen 1825 Theokla, der Armenier, Trauerspiele 1827 Erzählungen aus den Papieren eines Reisenden 1827 Schaperi und Batthierny, Heldengedicht aus dem ungarischen Türkenkriege 1828 Serienaden und Fantasien eines friesischen Sängers Nebstklängen während des Timmens 1828 Ronhaia, Fahrten eines Friesen in Dänemark, Deutschland, Ungarn, Holland, Frankreich, Griechenland, Italien und der Schweiz 1828 Theokla, der Armenier, Trauerspiele 1831 Memoieren über Polen unter russischer Herrschaft Nach zweijährigem Aufenthalt in Warschau 1831 Die Schwarzen von Gießen oder der Deutsche Bund Novelle 1831 Julius von Drei Feigen, des Schwärmers Wahn und Ende Roman 1831 Erzählungen aus den Papieren eines Reisenden 1831 Erinnerungen aus Warschau Nachträge zu den Memoieren über Polen 1831 Faust im Gewande der Zeit Ein Schattenspiel mit Licht 1831 Der Renegade auf Morea, Trauerspiel 1831 Rosa Bianca, das hohe Lied des friesischen Sängers im Exil 1831 Der Pole, ein Charaktergemälde aus dem dritten Dissinium unsers Jahrhunderts 1831 Der Laiforneser Mönch, Roman 1831 Der Carbonaro zu Spoleto, politisch-sataische Novelle 1831 Fünn, Mattes, des Wildschützen Flucht Szenen im bayerischen Hochlande, Novelle 1831 Der Russische unter den 1832 Blutstropfen Deutsche Gedichte 1832 Die Völker, ein dramatisches Gedicht 1832 Gedanken über Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit Entwurf zu einer Volksvertretung und zur Bildung eines Volkes demokratischen Grundsätzen 1832 Splitter und Borken Erzählungen, Lebensläufe, Reiseblumen, Gedichte und Aphorismen Nebstbriefen über Literatur 1832 Chronikskandalöse des Petersburger Hofes seit den Zeiten der Kaiserin Elisabeth oder Geheime Memoieren zur politischen und Regentengeschichte des Russischen Reichs aus der Periode von 1740 bis zum Tode des Kurfürsten Konstantin Aus dem Nachlasse eines alten Staatsmannes 1832 Poland under the Dominion of Russia Printed for I.S. Schimanski 1834 Die Möwe Deutsche Gedichte 1835 Traum des Skandinaviers 1839 Poesie eines Skandinavien 1843 Rede an die Nordfriesen auf dem Breedstätter Marktplatz 1848 Historisches Fragment über die Entstehung der Arbeitervereine und ihren Verfall in kommunistische Spekulationen 1852 Dolores ein Charaktergemälde aus Südamerika 1858 bis 1859 Von�berg Twiran von ant lovers Schimanski 1860 Verhalts 4000 Die Möwe Exorden und Chairman Von euch FeElbe das El ž Where soll